Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall von Frau Nass gewesen, dass meine Mandantin es gewagt hat, sich eben ihm zu entziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Ich heiße Katja Füchsel. Und ich bin Sebastian Leber. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sprechen heute über eine Frau, die einen regelrechten Albtraum durchleiden muss. Aber was diesen Fall so besonders macht, das ist nicht nur die Selbstherrlichkeit und die Brutalität des Täters, es ist vor allem die Alltäglichkeit dieses Falls. Es geht um ein Phänomen, das erschreckend viele Frauen in Deutschland betrifft. Um eine Spirale der Gewalt, die oft zum Schlimmsten führt, trotz Vorwarnung und trotz Hilferufen. Wir sprechen über Femizide. In unserem Fall geht es um eine Frau, die sich in Berlin von ihrem Freund trennt. Der will das aber nicht akzeptieren und bedroht sie. Er sagt, dass er sie umbringen will. Sie wendet sich an die Polizei, aber der Ex-Freund macht einfach weiter mit seinen Drogen, bis er irgendwann zuschlägt. Und wie immer in diesem Podcast haben wir einen Gast, mit dem wir über diesen Fall sprechen wollen. Sie heißt Christina Klemm. Sebastian, stell sie uns doch mal vor. Nö, das macht unser Gast heute selbst. Mein Name ist Christina Klemm. Ich bin Rechtsanwältin. Ich bin Fachanwältin für Familienrecht und Strafrecht und seit fast 30 Jahren tätig in Berlin-Kreuzberg. Ich bin Autorin, habe gerade mein zweites Buch veröffentlicht, das heißt gegen Frauenhass. Ich bin Anwältin geworden, weil ich den Eindruck hatte oder die Hoffnung hatte, mit den Mitteln des Rechts etwas verändern zu können. Christina Klemm ist Strafverteidigerin, aber sie vertritt auch Opfer von Gewaltverbrechen, unter anderem von sogenannter geschlechtsspezifischer Gewalt. Und sie wird uns heute berichten, wie schwierig es für Frauen oft ist, sich gegen Drogen und Gewalt ihrer Ex-Freunde oder ihrer Ex-Männer zu wehren und weshalb sie oft zögern, so etwas zur Anzeige zu bringen. Und warum die Täter am Ende oft viel zu billig davon kommen. In unserem Fall geht es um Lina Kallel, 38 Jahre alt, eine Deutsche mit tunesischen Wurzeln. Sie ist geschieden, lebt im Wedding und hat eine neunjährige Tochter. Ihren Namen haben wir geändert. Im Frühjahr 2019, da lernt sie in Neukölln Armin Hamdi kennen und auch der heißt eigentlich anders. Hamdi ist ein Jahr älter. Er hat ebenfalls tunesische Wurzeln, ist aber dort auch aufgewachsen und erst 2017 als Asylsuchender nach Berlin gekommen. Als er Kallel kennenlernt, arbeitet er in einem Imbiss für tunesische Spezialitäten an der Hermannstraße. Der Laden gehört seiner Schwester und gelegentlich verdient er auch als Hilfsarbeiter auf Baustellen ein bisschen Geld. Lina Kallel und Armin Hamdi, die begegnen sich an diesem Imbiss, sie kommen ins Gespräch, sie verlieben sich und werden ein Paar. Und am Anfang ist diese Beziehung auch sehr harmonisch. Auch mit Kallels Tochter versteht sich Hamdi prima. Er erzählt seiner Freundin, dass er ebenfalls geschieden sei und in Tunesien selbst zwei Kinder habe. Und Lina Kallel ist glücklich, als Hamdi quasi bei ihr einzieht in ihre Wohnung im Wedding im fünften Stock eines grauen Mietshauses. Der bekommt einen eigenen Schlüssel, der zahlt zwar keine Miete, aber er übernimmt oft die Einkäufe und beteiligt sich so an den Kosten. Und Hamdi, der ist stolz, mit so einer attraktiven Frau zusammen zu sein. Und er ist sicher, dass andere Männer in der tunesischen Community in Berlin ihn dafür bewundern. Und dass die beiden zusammen sind, das wissen viele, denn die zwei sind auf Social Media sehr aktiv und präsentieren sich dort als Paar, sie zelebrieren das richtig. Unser Gast, die Anwältin Christina Klemm, die hat das so beschrieben. Also sie waren ja so ein bisschen auch das Traumpaar, die so öffentlich ja da auch über ihren großen Social Media Auftritt bekannt waren. Eben als so ein fortschrittliches Paar auch. Und die eben Menschen geholfen haben, hier sich zurechtzufinden. Und also so ein nach außen gelebtes Vorzeigepaar eigentlich. Das klingt erstmal super, aber so ein perfektes Paar sind die beiden gar nicht. Zumindest ist das keine Beziehung, bei der sich beide Partner auf Augenhöhe begegnen. Christina Klemm erklärt das so. Also vielleicht muss man sagen, meine Mandantin ist eine sehr gebildete, ich glaube sie spricht fünf Sprachen fließend, selbstbewusste, also eine sehr beeindruckende Frau. Also insgesamt würde man sagen, wenn man diese beiden Menschen nebeneinander gesehen hat, war es klar, sie ist ihm eben in vielen Bereichen überlegen. Auch in dem, also eben auch sprachlich oder also auch wie sie sich bewegen kann in so einer Großstadt wie Berlin etc. Und schon nach einem halben Jahr treten die Probleme auf und sie treten immer deutlicher zutage. Hamdi will Kallel unbedingt heiraten. Aber ihr ist heiraten nicht so wichtig. Er will ein gemeinsames Kind zeugen. Aber sie will keine weiteren Kinder. Hamdi fängt an, sie zu drängen und unter Druck zu setzen. Sein Bruder und seine Schwester, die ebenfalls in Berlin leben, reden auch auf Kallel ein. Die solle Hamdi unbedingt standesrechtlich heiraten. Und irgendwann findet Kallel raus, weshalb ihr Freund so sehr auf diese Hochzeit pocht. Weil Bekannte verraten ihr, dass einiges von dem, was Hamdi ihr erzählt hat, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Sie erfährt zum Beispiel, dass er zu Hause in Tunesien nicht zwei Kinder hat, sondern vier. Und dass er, als die beiden sich kennengelernt haben, auch noch gar nicht geschieden war. Das führt immer mehr zum Streit, immer öfter. Und dann kommt auch noch heraus, dass Hamdi in Deutschland gar keinen Aufenthaltstitel hat. Und das erklärt natürlich, warum er so scharf aufs Heiraten ist. Genau, denn Kallel ist ja deutsche Staatsbürgerin. Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digital-Abo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Und im März 2020, also knapp ein Jahr nach dem Kennenlernen, da kommt es dann zum ersten körperlichen Übergriff. Kallel ist abends mit Freunden aus, darunter sind auch Männer und als sie nach Hause kommt, da konfrontiert haben die sie. Sie sei zu lange unterwegs gewesen und mit seinen Fäusten schlägt er ihr mehrfach ins Gesicht und schleudert sie gegen ein Bettgestell und sie ruft sofort die Polizei. Als die Beamten eintreffen, es haben die immer noch außer sich laut und aggressiv. Bei der Überprüfung seiner Daten stellt sich dann heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl läuft. Er ist nämlich nach einem Diebstahl bei Karstadt zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hat die nicht bezahlt. Hamdi wird jetzt erstmal für eine Nacht mitgenommen und muss dann die offene Geldstrafe bezahlen. Kallels Verletzungen werden ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wird aber eingestellt, weil sie ihre Aussage verweigert. Sie hat ja, wie gesagt, eine Tochter und steckt damals gerade in einem Sorgerechtsverfahren mit deren leiblichen Vater. Und Kallel hat Angst, dass diese Sache jetzt zu Nachteilen in dem Verfahren führen würde und deshalb schweigt sie. Zwischen den beiden eskaliert der Streit immer weiter und trotzdem bleibt Kallel mit Hamdi zusammen. So geht es anderthalb Jahre weiter. Im Oktober 2021 kann sich Hamdi mal wieder nicht beherrschen. Er tritt gegen die Küchentür, das Glas zersplittert und schneidet Kallel ins Fleisch. Diesmal reicht es ihr. Sie wirft Hamdi aus der Wohnung und beendet die Beziehung. Aber Hamdi glaubt nicht, dass die Beziehung jetzt wirklich zu Ende ist. Also, denn bisher haben sie sich ja immer wieder und wieder zusammengerauft. Und warum sollte es jetzt anders sein? Als sie ihm klar macht, dass wirklich Schluss ist und ihm sogar seine mitgebrachten Möbel vor die Tür stellt, da wird Hamdi wütend. Er fühlt sich gekränkt, dass sie es gewagt hat, ihn zu verlassen. Er wirft ihr vor, dass sie ihn vor seinen Freunden bloßgestellt hat und vor der ganzen tunesischen Community. Und deshalb beginnt er, Gerüchte über Kallel zu streuen. Ja, zum Beispiel, dass sie ihm Geld schulde und dass sie bereits einen anderen Mann habe und dass sie sowieso, Zitat, eine schlechte Frau sei. Sie tauscht jetzt zwar das Schloss aus, aber er kommt mit seinem alten Wohnungsschlüssel immer noch in den Keller rein. Und da übernachtet er es öfters, da richtet er sich ein Lager ein. Boah, allein die Vorstellung weiß die davon. Nee, die hat keine Ahnung, das wird erst später rauskommen. Hamdi möchte Kallel bestrafen. In den nächsten Wochen lauert er ihr an unterschiedlichen Orten auf und er bedroht sie sogar mit dem Tod. Er belästigt sie mit Text- und Sprachnachrichten und zwar im Stundentakt, bis Kallel ihn endlich blockiert. Lina Kallel bekommt Angst. Ihre Mutter zieht bei ihr ein und sie beschließt, möglichst nicht mehr alleine die Wohnung zu verlassen. Und die Mutter ahnt auch, dass Hamdi echt gefährlich ist. Sie hat große Sorge um ihre Tochter. Es war auch so, dass ihre Mutter zur Polizei gegangen ist und auch nochmal eine Anzeige oder die Nachdruck verleihen wollte, dass man doch gegen ihn ermittelt. Und die sogar damals bei der Polizei gesagt hatte, wisst ihr nicht, dass es sowas wie Femizide gibt? Da müsst ihr darauf achten. Diese Männer machen ernst. Und die Polizei hat aber Anzeigen wegen Bedrohungen und irgendwie einer Körperverletzung. Und das wurde nicht hoch genug gehängt. Und ich glaube, das müsste man endlich verstanden haben, dass eben viele von diesen Tätern ihre Drohungen wirklich ernst meinen. Mitte Oktober steht Hamdi wieder einmal vor ihrem Wohnhaus. Er fordert, dass sie ihn jetzt endlich heiraten soll. Ein Freund von Kallel, der daneben steht, will sie beschützen. Er wird aber von Hamdi mit einem Pfefferspray attackiert. Später entschuldigt er sich dafür. Er ist halt betrunken gewesen. Als Hamdi einen Monat später schon wieder vor ihrer Tür steht, da öffnet sie zwar nicht, aber er brüllt durch die Tür, dass er sie nicht in Ruhe lassen wird und dass er sie umbringen wird. Kallel ruft wieder die Polizei. Als die kommt, ist Hamdi aber nicht mehr da. Aber am Abend schickt er ihr eine Sprachnachricht über eine Nummer, die sie noch nicht geblockt hatte. Und in dieser Sprachnachricht droht er unmissverständlich. Ich lese das mal vor. Aber dich, die Hure, werde ich löschen und du wirst blau ohne einen Tropfen Blut gehen. Ich schwöre auf meine Mutter, dass ich dir nicht gnädig sein werde. Und ich werde wegen dir Zeit im Gefängnis verbringen. Ich ficke deine Mutter das Gefängnis und die Kinder vor meinem Schwanz. Kurz darauf schickt er ihr noch eine zweite Sprachnachricht. Darin droht er, dass er ihr die Geschlechtsteile zerschneiden wird. Was für ein Horror. Ja, unfassbar. Und Lina Kallel ist nicht die Einzige, der sowas passiert. Unser heutiger Gast Christina Klemm sagt, diesen Horror erleben viel zu viele Frauen in Deutschland. Und das liege auch daran, dass der Rechtsstaat und die Gesellschaft Frauen, die bedroht werden, nicht mit allem Nachdruck zur Seite stünden. Wenn diese verlassenen Männer ihrer Ex-Partnerin drohen, sie umzubringen, dann ist das etwas, da müssen alle Alarmglocken läuten. Nur einen Tag nach diesen Sprachnachrichten lauert Hamdi erneut an ihrer Wohnung auf. Er zieht sie an den Haaren und droht ihr, dass er sie umbringen werde, falls sie jetzt nicht endlich bald zu ihm zurückkehrt. Sie schafft es, davonzurennen, ruft die Polizei. Als die kommt, ist Hamdi schon wieder fort. Wieder drei Tage später fängt er sie an einer Bushaltestelle ab. Er sagt, ich bringe dich um, wenn du mich nicht heiratest. Und dann passiert dasselbe wie zuvor. Kallel ruft die Polizei. Hamdi verschwindet, bevor die Beamten eintreffen. Aber dieses Mal wird Kallel aktiv und beantragt beim Amtsgericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz. Das Gericht bewilligt den Antrag und ab sofort darf Hamdi sich ihr nicht mehr nähern und nicht mehr versuchen, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Das klingt nach einem Sieg, aber so einfach ist es leider nicht. Das weiß Christina Klemm aus jahrzehntelanger Erfahrung. Das Gewaltschutzgesetz funktioniert ja so, dass man eben beim Familiengericht beantragen kann, dass jemand sich nicht mehr nähern darf oder keinen Kontakt aufnehmen darf etc. Und das Gewaltschutzgesetz, würde ich sagen, ist hilfreich bei Tätern mit nicht besonders hoher krimineller Energie. Mit welchen, die überhaupt erreichbar sind für diese Maßnahmen. Die tatsächlich befürchten, wenn sie jetzt dagegen verstoßen, dann kann man ja, also wenn man gegen so eine Gewaltschutzverfügung verstößt, dann bekommt man Ordnungsgeld, macht sich auch strafbar. Und dafür muss überhaupt jemand erreichbar sein. Wenn jemand gar nichts zu verlieren hat oder ihn nur noch sein Interesse durchsetzen möchte, dann ist das Gewaltschutzgesetz ein sehr stumpfes Schwert im Kampf dagegen. Egal ob bei der Polizei oder den Opferschutzverbänden, tatsächlich erzählen alle, dass die Gewaltschutzverfügung bei diesen potenziellen Tätern oft alles nur noch viel schlimmer macht. Also weil sich viele Männer dadurch gereizt oder herausgefordert fühlen. Und so läuft es leider auch in unserem Fall. Schon fünf Tage nach Erlass der Anordnung steht Hamdi erneut vor ihrer Wohnung und brüllt durch die geschlossene Tür. Danach ist ein paar Tage Ruhe. Am 15. Dezember 2021, also einen knappen Monat nach Erlass des Kontaktverbots, da kommt es zur Katastrophe. Es ist ein Mittwoch. Kallel hat eine Freundin aus Tunesien zu Besuch. Die beiden sind nachmittags in einem Café und wollen gegen 16.30 Uhr zurück in die Wohnung und warten unten im Erdgeschoss auf den Aufzug. Als sich die Tür des Aufzugs öffnet, steht da Hamdi mit einem gezückten Messer. Er geht zielstrebig auf Kallel los und sticht auf sie ein. Immer wieder. Sie geht zu Boden, er beugt sich runter und sticht weiter zu. Jetzt auch noch mit einem anderen Messer und zwar so doll, dass die Klinge abbricht. Die Freundin rennt aus dem Haus und ruft draußen um Hilfe und drinnen sticht Hamdi weiter zu. Insgesamt erleidet Kallel 16 Stichverletzungen, vor allem am Oberkörper, aber auch an einem Oberarm und einem Oberschenkel. In ihre Lunge fließt Blut. Hamdi lässt erst von Kallel ab und flüchtet den Hinterausgang, als seine Ex-Freundin regungslos und stark blutend am Boden liegt. Und Kallel wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Und Hamdi, der geht kurz nach der Tat auf Facebook und startet dort ein Live-Video. Er hält einen 17 Minuten langen Monolog und beschwert sich darin über tunesische Frauen, die sich über tunesische Männer erheben würden. Und er spricht auch über Kallel. Die habe sich über ihn lustig gemacht und deshalb habe er sie getötet. Wobei ganz sicher scheint er sich nicht zu sein, dass er sein Ziel erreicht hat. Denn er sagt in dem Video wörtlich, ich bete zu Gott, dass sie stirbt, so Gott will. Denn ansonsten werde er, Hamdi ja umsonst ins Gefängnis gehen. Was ich ja auch bemerkenswert finde, dass er sich dann noch darüber beklagt, dass Kallel ihm Unrecht angetan habe. Weil er habe sich doch immer so gut um ihre Tochter gekümmert. Und außerdem jammert er dann noch darüber, dass er sich bei dem Angriff mit dem Messer in die Hand geschnitten hat. Ja, kurzum, er hält sich für das eigentliche Opfer. So Katja, jetzt lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und über das Muster sprechen, was hinter dieser Tat steckt. Also wie häufig oder selten so eine Horrorgeschichte in Deutschland passiert. Also wie einzigartig das ist, was Lina Kallel da erleiden musste. Statistisch gesehen kann man sagen, dass jeden Tag in Deutschland ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeder dritte Versuch gelingt tatsächlich. Also jeden dritten Tag gibt es ein Todesopfer. Wenn jemand vorsätzlich eine Frau tötet, weil sie eine Frau ist, dann nennt man das Femizid. Als ein Motiv wird dabei Frauenhass angenommen. Wobei Christina Klemm Frauenhass gar nicht so sehr als eine überschäumende Emotion beschreibt, sondern eher als eine emotionale Gewohnheit, Frauen zu verachten. Und in dem Fall, über den wir heute sprechen, da erkennt Klemm dieses Motiv sehr deutlich. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall von Frauenhass gewesen, dass meine Mandantin es gewagt hat, sich eben ihm zu entziehen. Nicht mehr ein Paar zu sein, dass sie auch eben ihn aus der Wohnung geschmissen hatte, die ihre Wohnung war, ja so, sie hatte da immer gelebt. Und sie hat die auch immer bezahlt. Aber dass sie ihn eben degradiert hat aus seiner Sicht, der eben eigentlich das Recht hatte, über sie zu verfügen. Das würde ich sagen, war das Motiv. Es ist ja so, dass wir diese Femizide haben wir ja immer noch nicht als echte Kategorie in Deutschland in der Rechtsprechung. Es fängt langsam an. Es gibt ein paar Richter und Richterinnen, die tatsächlich mittlerweile auch von Femiziden sprechen. Also von den Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Und man hat ganz lange diese Femizide im sozialen Nahraum, also diese Ex-Partner-Femizide, eher paritalisiert, eher gesagt, das sind eben Verzweiflungstaten, das ist eben eine Affekttat etc. Und hat sie ganz selten als Morde verurteilt und eher als Totschlagstaten oder vielleicht auch nur als gefährliche Körperverletzungen mit Todesfolge. Zurück zu unserem Fall. Drei Tage lang sucht die Polizei nach Armin Hamdi und findet ihn dann nur wenige Meter vom Tatort entfernt, und zwar abends in dem Kellerraum von Kalels Wohnung, wo er mal wieder übernachten wollte. Kalel hat den Angriff überlebt. Sie ist aber schwer traumatisiert. Sie leidet unter Panikattacken, hat Schlafstörungen und Flashbacks. Ihre Lunge ist dauerhaft beschädigt, ihr Körper bleibt von Narben übersät. Ein Monat nach der Tat, da klingelt bei Kalel das Telefon. Am anderen Ende ist Hamdi und er ruft sie trotz Kontaktverbot aus der Untersuchungshaft an und er hat ein Anliegen. Er erzählt nämlich, dass sein Anwalt ihm gesagt habe, dass er wahrscheinlich nur so zwei Jahre im Gefängnis bleiben muss. Und dann komme er wieder raus und er fragt sie ganz ernsthaft, willst du dann nicht mit mir zusammen nach Tunesien auswandern? Und Kalel ist natürlich entgeistert und sagt, dass er doch versucht habe, sie umzubringen. Und Hamdi sagt, ja schon, aber sie habe doch schließlich überlebt. Ab dem Moment darf er nicht mehr telefonieren, ohne dass jeder Anruf einzeln genehmigt oder überwacht wird. Und deshalb schreibt der Kalel jetzt einen Brief. Und daran beschreibt er ganz blumig und wortreich, wie sehr er sie doch liebe. Und dass sie beide das perfekte Paar seien. Und er fragt, ob sie ihm nicht verzeihen wolle. Er sei nämlich auch bereit, ihr zu verzeihen. Was für ein Typ. Wir haben ja schon erwähnt, dass Christina Klemm viele solcher Fälle hat. Also, dass sie Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt betreut, ob jetzt nach einem versuchten Femizid oder nach einer Vergewaltigung. Und diese dann vor Gericht vertritt, wenn die Opfer als Nebenkläger auftreten wollen. Katja, erklär uns nochmal. So jemand wie Amin Hamdi muss sich für seine Tat ja sowieso vor Gericht verantworten. Also die Staatsanwaltschaft wird ihn so oder so anklagen und versuchen, seine Schuld zu beweisen. Was hat ein Gewaltopfer denn davon, dazu noch Nebenkläger zu werden? Naja, als Nebenkläger werden den Opfern bestimmte Rechte eingeräumt. Also sie können beispielsweise Akteneinsicht fordern. Im Prozess sitzen sie dann den Angeklagten gegenüber. Sie dürfen ihn oder auch Zeugen befragen. Und sie haben ein Recht auf ständige Anwesenheit. Also in Mordfällen ist es für Hinterbliebene oft sehr wichtig, zu verstehen und nachzuvollziehen zu können, was im Einzelnen passiert ist. Und da hast du als Nebenkläger natürlich viel mehr Möglichkeiten. Aber Christina Klemm sagt, dass ihre Mandantinnen in der Regel auch große Angst haben. Und für diese Angst kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Es gibt verschiedene Dinge, wovor sie Angst haben, vielleicht auch Angst haben müssen. Das eine ist tatsächlich Repression durch den Täter, dass er sich rächen könnte, dass er versuchen wird, sie, also viele, gerade die Opfer von so schwerer Gewalt geworden sind, und sagen, der wird das vollenden irgendwann, der wird das nicht hinnehmen, dass ich lebe, der wird das irgendwann entweder selbst oder durch wen anders vollenden, die Tat. Dann gibt es die Angst vor, dass nicht geglaubt, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass ihnen die Schuld gegeben wird an der Tat, oder vielleicht auch, dass sie so das ewige Opfer sind, dass man sie gar nicht mehr ernst nimmt, weil sie sind ja jetzt Opfer von einer Straftat geworden. Dann auch natürlich, wie wird das in dem Prozess sein, die Angst vor der Konfrontation mit dem Täter, den nochmal sehen zu müssen, seine Lügengeschichten sich anhören zu müssen, Öffentlichkeit, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, die sie nicht haben wollen, dass sie eben in der Öffentlichkeit stehen könnten dadurch, dass sie durch das Umfeld, also das ist, was ja auch häufig passiert ist, dass eine große Solidarität mit den Tätern entsteht, und dass sie fertig gemacht werden, weil sie ihre Anzeige gestellt haben, wobei sie häufig gar nicht selbst die Anzeige gestellt haben, aber also, dass sie dann schuld sind, dass der ins Gefängnis kommt und dass ihnen das immer wieder vorgeworfen wird. Also es gibt wirklich einen bunten Strauß an Sorgen, die Betroffene haben, wenn sie dann in diesem Verfahren sind. Okay, also zwei Gründe für Ängste finde ich besonders bestürzend, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass man ihnen die Schuld an der Tat gibt. Wobei das jemandem glauben in einem Fall wie unserem heute, bei dem es um diese Rohgewalt mit so vielen Spuren am Tatort und den ganzen frisch dokumentierten Verletzungen geht, ja nicht so entscheidend ist. Ganz anders ist es aber oft bei Sexualdelikten wie Vergewaltigung. Ja, ganz genau. Das ist ja meist viel schwerer, die Tat zweifelsfrei nachzuweisen. Also beispielsweise eine Vergewaltigung in der Ehe, die findet ja nicht in der Öffentlichkeit statt. Es gibt keine Zeugen und viele Male zuvor einen vernehmlichen Geschlechtsverkehr. Also kommt es dann vor Gericht zu einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation und die Richter müssen sich fragen, welche Version ist jetzt glaubhaft und welche eher nicht. Und Christina Klemm sagt, da sei es dann eben verhängnisvoll, wenn Menschen im Gericht genaue Vorstellungen davon haben, wie sich ein Opfer solcher Taten anschließend verhält. Vorher und nachher. Also du glaubst nicht, was ich schon für absurde Fragen und Unterstellungen im Gerichtssaal hören musste bei solchen Fällen. Also bis heute ist ja so ein Klassiker, dass selbst Richterinnen oder Staatsanwältinnen ganz genau wissen wollen, was ein Opfer getragen hat an dem Abend oder ob es Alkohol getrunken wird. Ja, aber diese Vorstellungen, die sind überhaupt nicht wissenschaftlich begründet. Nö, die beruhen allein auf der individuellen Lebens- und Erfahrungswelt der jeweiligen Juristen. Und die werden dann einfach als Tatsachen angenommen und logisch hergeleitet. Zum Beispiel die Vorstellung, dass sich eine Frau nach einer Vergewaltigung doch bestimmt direkt von ihrem Partner trennt, also nicht bei ihm bleibt und nicht das Gespräch sucht und dass sie das, was ihr körperlich angetan wurde, auch gerichtsfest dokumentieren wird. Und Clem sagt, das sei ihrer Erfahrung nach überhaupt nicht so, weil jede Frau handele anders. Und da gibt es dann all diese Mythen, wenn die Gewalt tatsächlich so schwer gewesen wäre, dann hätte sie ihn doch verlassen. Oder wenn die Gewalt so schwer gewesen wäre, dann hätte sie doch wenigstens ein Foto gemacht. Oder dann hätte sie doch wenigstens nach Freundin davon berichtet oder so. Also da kommt all das, was wir, wenn man sich viel damit beschäftigt, wissen, dass es nicht so sein muss. Und genau, wenn man dieses Wissen nicht hat, dann kann man auf all diese Mythen reinfallen. Worüber ich mich sehr aufrege, ist, wenn meine Mandantinnen so respektlos behandelt werden, wenn gelacht wird über sie, also wenn solche Mittel oder Methoden angewandt werden, die ja gar nichts mehr damit zu tun haben, hier irgendwie tatsächlich zu einem einigermaßen angemessenen Urteil zu finden, sondern tatsächlich darauf ausgelegt sind, die Mandantin fertig zu machen. Was auch Sinn macht aus Verteidigungsstrategien. Also aus Verteidigungssicht ist es natürlich gut, wir haben eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation, dann ist es immer gut, die Zeugin zu verunsichern. Zu verunsichern und zu diskreditieren. Also das kann man machen, dann kann ich mich aber auch darüber aufregen und dann kann ich natürlich auch und muss ich dagegen wirken und dann kann ich natürlich auch den Kollegen oder Kolleginnen vor Augen führen, was sie da eigentlich machen. Neulich sagte ein Kollege, als ich so eine Stellungnahme abgegeben habe und gesagt habe, meine Mandantin hätte aus Scham nicht sofort angezeigt, da ging es um eine Vergewaltigung. Und dann rief der so rüber und sagte, ach Frau Kollegin, das ist ja voll 90er Jahre, heute schämt sich doch keine mehr, nur weil sie vergewaltigt worden ist. Und also sowas zu behaupten, doch, da rege ich mich weiter drüber auf. Oder auch tatsächlich gerne weibliche Verteidigerinnen, die sagen, also ich hätte, also wenn ich vergewaltigt worden wäre, dann hätte ich nicht nochmal mit denen gesprochen. Und das wird mit einer arroganten Selbstsicherheit vorgetragen, also mit so einer Selbstsicherheit, das ist doch völlig abwegig zu glauben, dass es anders sein könnte. Und ich weiß dann nicht, inwiefern, ob das tatsächlich so ist, dass die Kollegen und Kolleginnen das tatsächlich auch so denken oder ob sie es vorbringen. Das ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal. Wichtig ist, dass es offensichtlich sprechbar ist. Also dass man denkt, im Gerichtssaal könnte man und kann man ja auch diese frauenverachtenden Klischees alle vortragen. Aufgrund solcher Erfahrungen ist natürlich auch überhaupt gar kein Wunder, dass es Opferberatungen gibt, die den Frauen von einer Anzeige eher abraten und vor einer möglichen Retraumatisierung im Strafverfahren waren. Christina Klemm hat ja im Interview ja sogar von Fällen erzählt, in denen solche Klischees oder Vorannahmen ihren Mandantinnen echt zum Verhängnis geworden sind. Ja, von etlichen sogar. Und eine fand ich besonders perfide. Und zwar die Annahme, dass eine Frau, die vergewaltigt wird, nach der Vergewaltigung eine Zeit lang keinen Sex mehr haben will, weil sie nach so einer Erfahrung kein Vergnügen mehr an Sex haben kann. Und Klemm sagt, das könne man eben überhaupt nicht verallgemeinern. Also die eine Frau sagt, dass sie seit der Vergewaltigung überhaupt keine Männer mehr in ihrer Nähe ertragen kann. Und eine andere sagt, das hat auf meine Sexualität überhaupt keine Auswirkung, weil diese Tat und dieser Täter, das hat eben nichts mit dem Sex zu tun, den ich sonst habe oder haben möchte. Ich hatte mal ein Verfahren, da ging es darum, dass meine Mandantin hatte über Tinder einen Mann kennengelernt und war dann mit dem erst in der Kneipe und dann zu Hause gewesen. Und dann hatte er sie nach ihren Schilderungen vergewaltigt und es gab sogar auch tatsächlich körperliche Spuren. Und so, der ist dann angeklagt worden. Und eigentlich war die Beweislage ziemlich gut. Ich hatte auch den Eindruck, dass auch das Gericht sehr von seiner Schuld überzeugt war, bis dann, ich glaube tatsächlich, es war ein Schöffe, der sie fragte, ob sie eigentlich nach diesem Vorfall weiterhin Tinder nutzen würde. Und dann sagte sie, ja, würde sie, sie hätte sich auch noch mit vielen anderen Männern getroffen und Geschlechtsverkehr gehabt, weil sie sich von diesem Mann und dann guckte sie diesen Angeklagten an, ganz sicherlich nicht verderben würde, ihre Sexualität frei zu leben. Und das führte dann, laut der mündlichen Urteilsbegründung, dann auch tatsächlich zu einem Freispruch, weil das Gericht der Überzeugung war, dass ein echtes Opfer nicht mehr später so handeln würde. Das nennt man Vergewaltigungsmythen. Der Prozess gegen Armin Hamdi beginnt im Juni 2022 vor dem Berliner Landgericht. Lina Kallell entscheidet sich dafür, als Nebenklickern aufzutreten, vertreten durch ihre Anwältin Christina Klemm. Ihre Zeugenaussage muss Kallell nicht im Gerichtssaal vornehmen, sondern kann in einem Nebenzimmer sitzen und dort per Videovernehmung aussagen, sodass sie Hamdi nicht direkt in die Augen schauen muss. Sie muss ihre Aussage trotzdem mehrfach unterbrechen und sich beruhigen. Hamdi, der lässt von seinem Verteidiger eine umfangreiche Einlassung vorlesen, er beantwortet auch Fragen und er nimmt auch sonst sehr aktiv an der Verhandlung teil, wenn er beispielsweise dazwischenruft, wenn ihm eine Zeugenaussage nicht in den Kram passt. Immer in dem Moment, in dem seine Wahrheit da nicht bestätigt wurde oder ihm eben gar widersprochen wurde, war er sehr aufbrausend. Ich weiß aber, dass er in keiner Sekunde seine Tat bereut hat und das auch nicht versucht hat, also es gibt ja häufig dann so den Versuch zu sagen, es ist zwar nicht so, wie ihr denkt und es ist auch, also eigentlich bin ich gar nicht schuld, aber es tut mir schrecklich leid. Das ist ja eine häufige Form des Verhaltens im Gerichtssaal. Das war bei ihm nicht so. Also er war immer noch, würde ich sagen, sehr, sehr wütend darüber, dass meine Mandantin es gewagt hat, ihn zu verlassen. Sebastian, dann lass uns doch mal zusammenfassen, was Hamdi zu seiner Verteidigung so alles zu sagen hat. Okay, also erstmal wirfte seine Ex-Freundin vor, dass sie Lügen verbreitet, dass sie eine schlechte Frau sei und dass er selbst so viel für diese Beziehung getan habe, dass sie ihr zum Beispiel ständig Goldschmuck geschenkt habe und er behauptet, dass sie beide diese Hochzeit gewollt hätten, dass sie auch schon alles dafür vorbereitet hätten, Papiere angefordert, ein Hochzeitskleid ausgesucht und so weiter. Hamdi sagt, Streitereien haben es höchstens mal wegen Nebensächlichkeiten gegeben und dabei sei dann immer sie ausgerastet. Sie habe sie nicht kontrollieren können, habe rumgeschrien, ihn auch geschlagen. Einmal haben sie ihm sogar den Arm gebrochen bei einem Streit, so wenig könne sie sich beherrschen. Ihre Ausraster seien auch der Grund dafür gewesen, warum ihre vorherige Ehe gescheitert sei. Ja genau, also ihr Ex-Mann habe ihn, haben die sogar noch gewarnt und ihm geraten, sich von der verrückten fernzuhalten. Nach ihrer Trennung habe er auch nie vor ihrer Wohnung gestanden und nie bei ihr geklingelt. Und Kalel habe auch nie gesagt, dass er verschwinden solle. Nee, natürlich nicht. Er habe sie nur unregelmäßig kontaktiert, weil er das Gefühl hatte, dass sie die Trennung eigentlich auch gar nicht wollte. Er wollte also quasi nur die Kommunikationskanäle offen halten und ihr die Möglichkeit geben, sich umzuentscheiden, ganz freiwillig. Sie bedroht habe er aber nie, auf gar keinen Fall. Das Gericht legt ihm dann im Prozess aber Chatprotokolle vor, aus denen natürlich ganz genau hervorgeht, dass er seine Ex-Freundin nach der Trennung sehr wohl beschimpft und bedroht hat. Naja, und da sagt er, das sei nicht ernst gemeint gewesen oder das sei jetzt falsch aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt worden oder auch, dass Tunesier ebenso reden würden. Ach ja, es geht noch weiter. Von dem Kontaktverbot, also der einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, davon habe er überhaupt nichts gewusst. Das Schreiben habe ihn nie erreicht. Von der Anordnung habe er ja erst in Untersuchungshaft überhaupt erfahren. Genau, und jetzt zur eigentlichen Tat noch. Er sagt, ja, es stimmt, dass er sie an diesem Tag besuchen wollte, um sich mit ihr auszusprechen, aber alles andere, das sei gelogen. Als er aus dem Aufzug kam und sie im Flur traf, da habe Kallell nämlich ein Messer in der Hand gehabt und sofort auf ihn eingestochen. Er habe sich nur verteidigt. Hamdi sieht sich also als komplettes Opfer oder zumindest versucht er sich so darzustellen. Und Christina Klemm kommt dieses Verhalten bekannt vor. Tatsächlich habe ich das schon häufiger erlebt, dass so Angeklagte auch nach wirklich schwerer Gewalt, also sowas auch behaupten wie, ich liebe sie doch nur, oder eigentlich ist sie schuld, oder, also ich, also auch so Angeklagte, die irgendwie dann, das habe ich auch schon häufiger erlebt, selbst eine kleine Verletzung von ihrer eigenen Tat getragen haben, ja, also das ist häufig so, gerade bei Messerverletzungen, dass man dann, dass die selbst irgendwie sich eben im Eifer dieses, dieses Tatgeschehens irgendwo verletzen und also die mit einem so großen Selbstmitleid da dann sind und ihre eben immer wieder betonen, ja, und da ist auch die Sehne an meinem Daumen kaputt gegangen oder, und man denkt, kannst du nicht mal sehen, dass irgendwie deiner Ex-Partnerin aber leider zehn Zähne fehlen, ja, also diese, das ist so eine, so eine Verschiebung der, der Realität, was aber glaube ich nichts, oder was nichts mit Wahrnehmungsschwierigkeiten zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass man sich das eben so hinlegt, wie man es möchte und eben wirklich viel aus so einem Verständnis heraus ein Recht darauf zu haben. Ich erlebe häufig Verzweiflung der Angeklagten, aber eben nicht darüber, dass sie ihre Ex-Partnerin nicht mehr zurückbekommen oder dass sie tot ist, sondern Verzweiflung darüber, dass sie tatsächlich dafür verurteilt werden und möglicherweise viele Jahre in Haft kommen. Okay, also auch dem Angeklagten Armin Hamdi drohen viele Jahre Haft, sollte er die Richter nicht von seiner Version der Geschichte überzeugen können. Aber das Gericht zerpflückt seine Behauptung mit Leichtigkeit. Es lädt beispielsweise Kalels Ex-Mann als Zeugen und der beteuert vor Gericht totaler Quatsch, Kalel war nie gewalttätig. Die Chat-Nachrichten haben wir ja bereits erwähnt, in denen sich massive Drohungen seinerseits finden und auch Gewaltfantasien gegen seine Ex-Freundin. Seine Behauptung, sie habe ihm im Streit mal ein Knochen gebrochen, die lässt sich auch widerlegen. Also den Knochenbruch, den gab es, aber Röntgenbilder zeigen, dass diese Fraktur schon viel älter ist, schon über zehn Jahre her. So lange kannte er Kalel noch gar nicht. Seine Beteuerung, dass er von diesem Kontaktverbot gar nichts wusste, wird ebenfalls als Lüge entlarvt. Tatsächlich hatte er sogar ein Foto dieses Verbots auf seinem Smartphone gespeichert. Und ein Zeuge sagt aus, dass Hamdi ihm gegenüber auch offen über dieses Verbot geredet hat. Seine Behauptung, sie habe an dem Tattag zuerst zugestochen, sieht das Gericht ebenfalls als Schutzbehauptung an. Unter anderem gibt es ja dieses Facebook-Live-Video, in dem er direkt nach der Tat davon spricht, dass er seine Freundin bestraft habe und dass er dafür auch ins Gefängnis gehen werde. Und von einem Angriff ihrerseits ist da überhaupt keine Rede. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die beiden bei der Tat ja nicht unter sich waren. Also da war ja eine Augenzeugin dabei, diese tunesische Freundin von Kalel. Die hat zwar erst Angst vor Gericht auszusagen, weil sie fürchtet, dass jemand aus Rache ihrer Familie dann irgendwas antun könnte, aber sie macht es dann doch und das Gericht schätzt ihre Aussage als sehr glaubwürdig ein. Auf der anderen Seite sagen vor Gericht auch Freunde von Hamdi aus. Die waren zwar nicht bei der Tat dabei und können also jetzt nicht zur Aufklärung des eigentlichen Tatgeschehens beitragen, aber sie sagen etwas, das Christina Klemm sehr bestürzt hat. Das war schon auch in dem Prozess sehr beeindruckend, dass es immer wieder verschiedene Zeugen und Zeuginnen gab, die absolut das verständlich fanden, was er getan hat. Also die, die gesagt haben, sie hätte ihm eben auch übel mitgespielt. Sie hätte eben, wie konnte sie ihn nur verlassen und wie, sie hätte doch wissen müssen, dass er dann nicht anders reagieren kann. Und sie sei eben, also sie hätte nur nach ihrem eigenen Vorteil gesehen und er wäre eben ja abhängig von ihr gewesen, das war dann relativ klar. Also er war abhängig, er war sowohl finanziell als auch von der Wohnung, also die Wohnung war ihre und er wollte eben auch über sie letztlich seinen Aufenthalt sichern und in dem Moment, in dem sie ihn verlassen hat, war natürlich alles weg. Also er hatte kein Geld mehr, er hatte keine Wohnung mehr und er hatte auch keine Aussicht auf den Aufenthaltstitel mehr in dem Moment. Und das hat dann seine, also sein soziales Umfeld ihr durchaus übel genommen, dass sie ihn eben in diese verzweifelte Situation gebracht habe und dann sich auch nicht wundern muss, dass er so reagiert. Das fand ich durchaus beeindruckend. Im November 2022 spricht das Gericht sein Urteil. Hamdi wird wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Urteil heißt es, der Angeklagte ließ sich von hemmungsloser Eigensucht und Selbstmitleid leiden. Die Gefühle und Bedürfnisse seiner Ex-Partnerin waren für ihn ohne Bedeutung. Er habe ihr jeden Eigenwert abgesprochen und sie zu einem Objekt degradiert. Das Gericht geht von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Hamdi sei auch einsichts- und schuldfähig, auch wenn er insgesamt ein schlichtes Wesen habe. Dass er aus Liebesschmerz gehandelt habe, glaubt das Gericht nicht. Er habe sie bedroht und belästigt und schlecht über sie geredet, aber kein einziges Mal versucht, sie auf normalem Weg für sich zurück zu gewinnen. Clem sagt, für ihre Mandantin sei es natürlich gut, dass sie weiß, dass sie jetzt erstmal viele Jahre vor ihm sicher ist, aber so einfach ist auch das nicht. Die meisten Betroffenen kriegen irgendwie auch einen Schreck, wenn so eine hohe Strafe rauskommt, weil sie dann befürchten, dass der Hass auf sie noch größer wird. Und sie, also in dem Moment, in dem sie von dem Strafmaß hören, dann meistens sagen, wenn er rauskommt, was machen wir denn nur, wenn er rauskommt? Also dann rechne ich natürlich auch immer aus, wann könnte der aus der Haft entlassen werden? Und dann irgendwann kommt an, okay, so und so viele Jahre werde ich tatsächlich höchstwahrscheinlich in Sicherheit sein. Dann gibt es aber sofort auch die Sorge, könnten sich jetzt irgendwelche Verwandten Bekannten rächen bei mir? Könnte er die Möglichkeit haben, eben das durchzu, also das sich zu rächen durch andere Personen, was unglaublich verunsichert ist, dass es eben immer wieder, und das war in dem Fall ja auch, dass es Angeklagten oder also Menschen in U-Haft oder dann auch später in Strafhaft häufig gelingt, die Betroffenen anzurufen irgendwann. Und das ist so, also das ist für die Betroffenen so beängstigend, dieses Gefühl, okay, der ist da, aber wenn es offenbar nicht gelingt, ihnen sie davon abzuhalten, mich anzurufen, dann können die ja auch noch viel mehr, dann können die wahrscheinlich auch ausbrechen oder irgendetwas tun. Also Freude über einen Urteil habe ich noch nie so richtig erlebt. Ich glaube, es ist immer gut, wenn das Tatgeschehen richtig eingeordnet ist. Es tut meinen Mandantinnen immer gut, wenn ich ihnen sagen kann, man hat ihnen voll und ganz geglaubt. Wenn ein Richter oder eine Richterin in der Urteilsverkündung, wenn sie dann nochmal sagen, wir haben größten Respekt, wie sie hier ausgesagt haben oder wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft, wir haben hier gehört, welch unglaubliches Leid sie erfahren haben. Das ist sehr hilfreich für Mandantinnen. Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls, aber es lohnt sich, heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Brieck Crime Update. Ja, aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt und bei Heiko Bär für die Produktion. Und wir haben wieder unsere Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, weiter zu wachsen und bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer viele Sterne da lasst. Und bitte teilt die heutige Folge mit allen Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema Gewalt gegen Frauen noch nie beschäftigt haben und die glauben, so weit verbreitet ist das doch nicht. Und wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann empfehlen wir euch das Buch, das Christina Klemm gerade veröffentlicht hat. Es heißt Gegen Frauenhass und ist bei Hansa Berlin erschienen. Und wir verlinken das auch in den Shownotes zu dieser Folge. Gut, jetzt aber zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert ist und welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Genau, und heute geht es um unsere 26. Folge, die heißt Einsame Entscheidung, warum ein Rentner seine große Liebe tötet. Es ist die Geschichte von Hubert Schuster, der mit der Pflege seiner bettlägerigen Frau allein gelassen wird. Er ist überfordert, hilflos, einsam, bis er nur noch einen Ausweg sieht. Verteidigt wurde der Rentner von Roland Weber, der auch Berlins Opferschutzbeauftragter ist. Ihn hatten wir auch hier im Studio. Und diese Folge wurde offenbar auch in der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Abteilung Pflege gehört. Sie hat Weber zum Ideenaustausch eingeladen. Tatsächlich gibt es ja seit einiger Zeit ein Netzwerk gewaltfreier Pflege. Und trotzdem gehen die Experten von einem enormen Dunkelfeld aus, und zwar vor allem im Bereich der häuslichen Pflege durch überforderte Angehörige. Und da will Weber jetzt auch als Opferschutzbeauftragter ansetzen. In dem Bereich kenne sich nämlich kaum jemand so mit Opferrechten oder Möglichkeiten aus. Und weil er Gewalt in der Pflege für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hält, will er noch weitere Partner für das Netzwerk ins Boot holen. Okay, wir halten euch da auf dem Laufenden. Unsere nächste Folge Tatort Berlin gibt es am ersten Samstag im März. Weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst, Katja? Nee, da ist im Moment noch ganz viel Bewegung drin. Okay, dann lasse ich mich überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Katja. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Tschüss.